Willkommen beim Hafencafé, im offiziellen Podcast von Get On Board. Als Partner von sehr erfolgreichen Kamus auf dem Schweizer Arbeitsmarkt teilen wir da nicht nur Erfolge und Herausforderungen, sondern auch wertvolle Lektionen, die wir dir hier mit auf den Weg geben wollen. Aus der Praxis, für die Praxis, ganz viel Spass beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Hafencafé, einem Employer Branding Podcast von Get On Board. Heute mit mir der Kilian. Kilian, willst du dich gerade schnell selber vorstellen? Ja genau, ich bin Kilian Baumann. Ich arbeite bei Review in einem Medienhaus, sprich in einem Production House. Wir machen Employer Branding und noch vieles mehr. Dort arbeite ich als Projektleiter und als Kundenbetreuer. Genau, und da jetzt bin ich ein bisschen mehr als ein Jahr. Yes. Ich freue mich mega, dass ich dich heute hier habe, Kilian. Es geht heute nämlich um ein mega spannendes Thema und zwar um das Thema Contentproduktion im Employer Branding. Ich höre immer wieder, dass es da recht viele Fragezeichen gibt. Es ist so eine grosse Blackbox. Man weiss oder viele wissen, dass man sollte irgendwie so Employer Branding Videos machen oder vielleicht mal Fotos produzieren von sich als Arbeitgeber. Aber wie das so abläuft, was das bedeutet, wie lange so ein Projekt geht und was da alles dazugehört, ist oftmals unklar. Und da wollen wir heute ein bisschen leicht ins Dunkle bringen. Darum bist du heute da. Genau, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Dann hast du gerne geschmeckt, dass ich da sein darf. Yes. Also, Kilian, wie gesagt, ist Projektleiter bei unseren Employer Branding Projekten oder bei gewissen von unseren Employer Branding Projekten. Und ich glaube, es ist auch am besten, wenn man gerade so rein startet, dass wir dich fragen dürfen, Kilian, wie so ein Projekt normalerweise abläuft. Aber bevor wir das jetzt machen, würde ich mega gerne darauf eingehen, wie du überhaupt in diesem Bereich gelandet bist. Das kannst du vielleicht ganz kurz deine Story erzählen. Du hast vorher schon angetönt, du hast Mediamatiker gelernt. Wie landet man in diesem Bereich, dass man Content produziert? Hey, ich glaube, ich habe da auf einem recht klassischen Weg angefangen, mit YouTube-Videos, wo ich in der Oberstufe war, mit dem Traum YouTuber zu werden. Dort waren dann noch Minecraft-Videos, wo wir zum ersten Mal schneiden, Banner machen und so weiter, Kreativität im digitalen Raum ausleben. Und dann war da der Bussemesse nicht weit weg, um mal den Mediamatiker anschauen. Dann hat mir das gefallen und dann bin ich in der ersten Oberstufe überzeugt, dass ich da werden will. Ich habe mich dann beworben und recht schnell eine Lehre bekommen, glücklicherweise. Dann habe ich vier Jahre eine Lehre gemacht, dann bin ich ein bisschen abgetrifftet in den Weinbetrieb von der Familie und dort eine Marketingaufgabe übernommen, aber auch eben im Redberg und im Weinkeller gearbeitet, dann habe ich Militär geleistet und dann bin ich zurückgekommen in die Mediamatiker, wo ich schon gewesen bin. Ja, sehr spannend. Der Exkurs ins Weinhaus hat uns auch schon gut dient, hier intern. Gut tun. Genau, das hat uns auch schon gut getan, genau. Ja, hey, mega, mega spannend. Also, wir gehen doch gerade drauf ein, oder? Starten wir gerade rein. Wie läuft so ein Employer Branding Videoprojekt oder auch Fotoprojekt von A bis Z ab? Also, was muss man da erwarten, wenn man sagt, ich möchte jetzt so etwas umsetzen? Ich glaube, da kann man Employer Branding mit allgemeinen Videokampagnen oder Fotokampagnen und es geht auch einfach ein bisschen mehr darum, um eben die Employer oder die Mitarbeiter ins Zentrum zu stellen und Kultur zu zeigen. Aber der Ablauf ist recht gleich. Man fängt auch mit einem Kick-Off-Meeting, wo wir versuchen, mit dem Kunden die Idee abzuholen, wann er genau will oder in welche Richtung er gehen will. Das Wichtigste ist bei uns da, dass eben auch der Kunde seine eigene Handschrift in dem Projekt hat und dass am Schluss alle Parteien, die beteiligt sind, z.B. das Get On Board, Review oder nachher eben der Arbeitsgeber zufrieden ist, sowie auch nachher die Models vor Ort teilnehmen. Und da tut man schon das erste Fundament eben im Kick-Off-Meeting setzen, ca. in einer halben Stunde bis zu einer Stunde, wo man Ideenaustausch macht. Und anschließend setzen wir uns als Konzept und die kreativen Ideen zusammenbündeln und nachher dem Kunden mit einem ausgearbeiteten Konzept vorzustellen, schon mit visuellen Ideen, wo nachher den Auftraggeber eben wieder sein Feedback geben kann. Und nachher geht es dann in die Produktion, wo wir mit einer Shot-Liste kommen, wo wir auch rekognisieren gehen, ob es uns dort überhaupt gefällt oder ob wir derart brauchen können. Und nachdem wir auch geschaut haben, ob es dort schön ist oder cool ist, gehen wir eben dann an den Shoot, und wir organisieren auch mit dem Kunden zusammen den Shoot. Das heisst, von 0 bis 100 machen wir bis zum Shoot zum Drehen. Und dann vor Ort den Drehen leiten wir mit Aufnahmen, das heisst Audio, Video mit dem Setup und so weiter. Und wir haben auch da immer wirklich gutes Feedback. Die Leute fühlen sich vor Ort immer sehr fest abgeholt. Und nachher gehen wir dann in Edit, also in Bearbeitung, wo wir dann Videos schneiden und Feedback-Loops nennen wir das, also die Rückmeldungen oder Überarbeitungsschlaufenen, wo wir mit dem Kunden auf ein zufriedenstellendes Endergebnis oder auf ein über der Erwartung ausgehendes Resultat liefern können. Und nachher geht es in Publishing-Seite. Aber da hat man Get On Board, sprich das Marketing von Get On Board, dann beim Employer Branding der Lead. Vielleicht willst du noch genauer sagen, wie das dann nachher passiert mit dem A-B-Vergleich, die Integration von den Fotos und so weiter. Ja, mega spannend, zuerst einmal den groben Überblick bekommen, darüber alles Mögliche. Dass ich jetzt nicht schon zu weit vorgreife, mir sind gerade so ein, zwei Fragen auch eingefallen, die, glaube ich, auch relativ oft kommen, gerade so zum Start von so einem Employer Branding-Projekt. Vielleicht spulen wir mal so ein bisschen zurück kurz. Also gerade mal, wenn es um das Konzept geht. Was sind denn so Überlegungen, die reinfliessen? Ich meine, sehr oft, wenn wir ja zusammenarbeiten, dann ist es ja auch so, dass wir, dass das Konzept wie entsteht aus dem Employer Branding-Konzept ganz allgemein, dass man so gewisse Sachen auch schon ableiten kann. Aber aus eurer Sicht, aus Kreativ-Tierende-Leistern, was fliesst da manchmal für Gedanken innen, wenn ihr so ein Konzept erarbeitet, für so ein Employer Branding-Projekt? Ich stelle da meistens beim Kick-Off Fragen, die mich dann auf das hinbringen. Zum Beispiel, was ist dein Highlight gewesen im letzten halben Jahr oder was ist das Highlight gewesen vom Geschäft? Was macht ihr euch besser? Oder was hält ihr euch ab von der Konkurrenz, sodass man sich eben über die Kultur, über die Firma, über die Person selber das Bild machen kann. Und was auch immer mehr einen Wert gewinnt, da habt ihr ja auch die Erfahrung, ist, welchen Wert hat die Firma. Und mit diesen Werten kann man nachher eine Sinnvermittlung in Content umwandeln, die dann durch das Konzept ausarbeitet wird. Zum Beispiel, dass man für den Wert Leidenschaft steht, dass man nachher leidenschaftliche Bilder zeigt oder ein Modell von Leidenschaft schafft durch Video oder visuellen Content überarbeiten und übermitteln. Okay, also es geht, so wie ich es verstehe, darum, das, was das Unternehmen ausmacht, in einer Essenz, reinzubringen, in ein Content-Konzept, das das nachher verkörpert, gegussen, also wo man dann wie, kann man sagen, ein Schaufenster schafft in der Kultur. Genau, ich glaube, das ist ein guter Vergleich mit dem Schaufenster, auch wenn man es nachher auf Social Media oder auf anderen Plattformen publiziert, es muss ihnen in einer kurzen Zeit einen Eindruck zum Geschäft geben. Und es ist so gesagt der erste Eindruck bei vielen Leuten, wenn man es mit Ads live schaltet oder wenn man es lange nicht mehr gesehen hat. Ich glaube, da ist die Wichtigkeit, dass man da eben das Unternehmen wirklich gut vertritt. Mhm. Ja, es ist ja gerade jetzt, oder etwas, was auch immer wieder darüber geredet wird, ich sehe auch auf LinkedIn immer wieder so Stimmen, die über die Authentizität reden, die den Konten irgendwie auch ausstrahlen, dass man nicht das Gefühl hat, so ein Beispiel mit der Fischer Bettwarenfabrik, kennen es glaube viele Leute, dass dann einfach einen vorne dransteht, so grüße, wir sind so und so, sondern es muss irgendwie glaubwürdig sein, oder, wenn man es nachher schaut. Selbst wenn, also es gibt ja auch ganz viele verschiedene Arten von Employer Branding Content, können wir vielleicht nachher auch noch darüber reden, das sind so die Interviews, die man vor Ort zeigt, aber es kann ja auch viel weitergehen als das, viel kreativer sein als das. Absolut. Aber selbst auch bei den kreativeren Konzepten, ist ja so die Authentizität, und dass man wirklich reingesät die Kultur, und das gespürt, und dass man weiss, was einem erwartet, wenn man dort arbeiten würde, ist ja besonders wichtig, oder? Absolut. Ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir irgendwo hingehen wollen, oder wie wir etwas machen wollen, wenn wir uns mit dem identifizieren können, sei es bei einem Hobby, bei einer Politik, oder bei was auch immer man macht, man will mit der Leidenschaft dahinter stehen, und eben sich mit dem identifizieren. Und wenn ich sehe, get on board macht mega coolen visuellen Content, das sieht aus, als hätten alle dort Spass beim Arbeiten, was auch haben, da hier möchte ich, und dann bewerbe ich mich da auch, mit einer grösseren Überzeugung, und ich möchte wirklich zu diesem Geschäft, und ich denke mir immer wieder, boah, da wäre auch cool zum Arbeiten. Das ist ein mega spannender Punkt, den du sagst, oder? Ich meine, es ist das eine, um mehr Bewerbungen zu bekommen, und ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet, hier im Podcast, einfach mehr Bewerbungen zu bekommen, bringt meistens nicht unbedingt etwas, wenn die Bewerbungen nicht so passen, und darum ist dann wieder der nächste Schritt, die müssen möglichst gut passen, die Bewerbungen, aber etwas, wo fast niemand darüber redet, ist dann nochmal der nächste Schritt, oder? Weil du kannst auch passende Bewerbungen haben, aber wenn die nur so halbherzig sich bewerben, oder sich nicht so wirklich committed fühlen, wenn sie die Bewerbung abschicken, dann bringt es dann schlussendlich auch wieder nichts, weil das sind dann genau die Kandidaten, die dann entweder viel zu höhe Anforderungen stellen, oder irgendwann im Bewerbungsprozess abspringen, oder noch schlimmer, sogar nach einem Vertrag unterschreiben, dann in der Probezeit wieder davonlaufen, einfach weil sie nicht genug committed sind, weil sie nicht von Anfang an so eine Leidenschaft, wie du es gesagt hast, entwickelt haben, für das Unternehmen, für diese Brand. Und ich glaube, das ist etwas, wo gerade so richtig guter Employer Branding Content eben bewirken kann, dass die Leute, bevor sie überhaupt sich bewerben, schon denken, hey, bei denen ist es einfach etwas anders, dort will ich hin. Das zieht mich einfach an, das ist einfach so cool dort. Und das ist ja völlig logisch, dass man dann auch im Bewerbungsprozess viel emotional investierter ist als Kandidat, wenn man schon so ein Bild hat von diesem Unternehmen vorher, oder? Genau, ich glaube, gewisse Leute kennen das, wenn sie eine Bewerbung rausgeschickt haben zu einem Betrieb, der es unbedingt hin will, nachher tut man die Mail-Inbox immer wieder aktualisieren und hofft, jetzt ist die Antwort gekommen oder mit dem modernen Weg, wenn ihr über WhatsApp geht und denkt, boah, wann kommt die nächste Antwort, wann schreibt es wieder? Oder dann sieht man die Benachrichtigungen und man freut sich, um dort hinzugehen. Und ich glaube, eben diese Leidenschaft, die Leute im Bewerben können ausstrahlen, wenn da ein Geschäft geschafft hat, gegen aussen zu projizieren, was sie sind und welche Leidenschaft sie hinter dem ganzen Betrieb haben, dann wollen die Leute dort hinzugehen und arbeiten. Und da arbeitet man mit gutem Content. Hey, ja, ein mega, mega guter Punkt. Wirklich. Vielleicht, aus dem Ausen, also, ist bei mir jetzt gerade so eine Frage gekommen, wie schafft man das dann? Also, wie schafft man es, um die Leidenschaft und all das, was ein Unternehmen verkörpert, die Werte und so, wie schafft man das, um das authentisch im Content wieder zu spiegeln? Ich glaube, das ist eine Mixtur aus verschiedenen Sachen. Ich glaube, es geht auch darum, dass die Leute, die teilnehmen in diesen Videos wirklich auch das wollen und auch können zeigen, dass sie Leidenschaft im Betrieb haben und wir haben da wirklich super Erfahrungen. Die Leute wollen ja nachher einen Sprechertext oder wollen im Gehören von den Leuten, aber auch sehen. Es ist ein Mix von stimulierten Reizen, dass man etwas Schönes sieht, aber auch, dass man emotionale Bindung kann machen bei dem, wo man gehört. Und ich glaube, das kommt in dem, dass man eben den Personen mit der Leidenschaft auswählt und zeigt, dass sie in dem Betrieb arbeiten wollen. Und dadurch schafft man auch hochwertigen Content und man schafft auch in einem coolen Betrieb coole Bilder zu machen, was dann unsere Verantwortung ist und wir wollen auch den Kunden an der Hand nehmen, was dann coole Bilder sind und ein cooles Resultat werden kann. Ja, voll. Ich glaube, eine von den Ängsten, die immer wieder da aufkommen, ist, dass man gar keinen Mitarbeiter hat, die überhaupt wollen wollen, mitmachen in dem Video. Wie schafft man es dann überhaupt, um die Leute zu motivieren, dass sie eben nicht vor der Kamera sitzen und einfach ihr Script runterlesen, sondern dass sie ihre Leidenschaft spürbar machen in diesen Videos und dass sie dann auch nicht an diesem Tag sagen, ich bin jetzt krank und ich möchte jetzt nicht kommen, wir haben jetzt heute einen Content-Shoot und voll nervös sind oder überhaupt noch weiter früher angesetzt, dass es überhaupt Leute gibt, die sagen, ich mache da mit. Erfahrungsgemässes ist das eigentlich meistens nicht ein Problem, weil die Unternehmen, die sich mit dem auseinandersetzen, mit dem Content-Machen, machen schon sehr viel wirklich richtig. Also da hat auch eine interne Kultur, sprich die Leute wollen teilnehmen in diesen Videos und die Leute zeigen auch gerne ihren Job, sie haben wirklich Berufsstolz und ich glaube, das ist auch die Wichtigkeit, dass Unternehmenschaft zu fördern, dass die Leute Berufsstolz haben und dass nachher der Berufsstolz auch gegen aussen geht. Sonst wäre ich nicht da, wenn ich kein Berufsstolz hätte und dann nicht gerne wir arbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch gegen aussen tragen kann und ich glaube, die Leute melden sich und wenn nicht, dann versuchen wir ihnen ein angenehmes Gefühl zu geben vor Ort, sprich wir holen sie ab, wir holen auch Leute, die nervös sind, runter, sprich dass sie ruhiger sind, dass sie den Text schöner einsprechen und auch dass sie sich vor der Kamera wohlfühlen. Wir nehmen uns da Zeit und haben langsam auch die Expertise, dass sich eigentlich alle Leute wohlfühlen vor dem grossen Kasten zu stehen und dass sie das dann ausblenden können. Das mit dem grossen Kasten, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich noch counterintuitive, weil man hat so ein Gefühl, je grosser die Kamera ist, desto schlimmer ist es, wenn ich vorne dranstehen muss. Und es gibt schon also gewisse Gründe natürlich, die schon dafür sprechen, wenn man mit dem Handy filmt, ist das vielleicht ein bisschen weniger, oder wird man weniger nervös oder so. Aber es gibt einem auch eine mega Sicherheit als Darsteller, wenn man weiss, hey, das sind Profis, die das machen. Das wird nachher zwar schon veröffentlicht und so, aber ich sehe nachher gut aus auf dem Video, dass ich wird schön dargestellt und ich vertrete das Unternehmen. Das ist übrigens ein gewisser Stolz, wie du gesagt hast. Ich glaube, das kann einem mega Sicherheit geben, wenn man weiss, das sind Profis. Und was noch dazukommt, das sagen wir manchmal, auch früher, als ich auch noch gewisse von diesen Projekten geleitet habe, habe ich manchmal auch diesen Leuten vorab gesagt, hey, das ist ein bisschen wie eine Netflix-Produktion, wir kommen jetzt vorbei und das wird richtig cool, weisst du kannst richtig Teil von etwas sein. Und ich glaube, wenn man es den Leuten auch als das verkaufen kann, also wenn du jetzt als HR-Manager zum Beispiel, deine Leute musst du motivieren, um bei so einem Content-Projekt mitzumachen, dann geht es einfach darum, dass man es richtig verkauft, die richtigen Sachen sagt und dass man vielleicht nicht sagt, hey, wärst du echt so lieb und würdest vielleicht, weil es den anderen ist unangenehm, sondern man sagt, hey, wir haben eine mega Möglichkeit, es kommt ein professionelles Videoteam vorbei und sie würden dich gerne fragen, wie dein Job abläuft oder was dein Job ausmacht. Genau, es ist eine Chance, die man nutzen kann. Genau, es ist eine Chance, die du erzählen, die du kannst zeigen und es gibt fast nichts, was praktisch alle Menschen lieber machen, als über sich selber und über seine eigenen Interessen und den eigenen Job erzählen. Und wenn man den Leuten mal eine Plattform gibt, wo sie das machen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie wissen, hey, das kommt nachher gut, das sind Profis, dann wärst du noch überrascht, wie viele Leute da nachher auch offen sind, um das zu machen. Ich glaube auch, viele sind dann doch auch sehr gewunderfitzig. Es ist auch lustig, viele sagen, nein, ich mache es nicht, ich mache es nicht, aber nachher hat man trotzdem oftmals viele Leute, immer wenn man am Aufnehmen ist, die herumschauen und dann interessiert sich doch irgendwie der Vier. Oder auch wenn man dann anfängt, zu fotografieren, zum Beispiel. Aufs Mal wollen doch alle noch ein Fotos von sich selber, wenn sie sehen, oh ja, es ist wirklich cool, die Bilder kommen gut, es sieht gut aus. Ja, ich glaube, wie du gesagt hast, das kommt, wenn man merkt, die Professionalität ist da. Und ich glaube, das holt ihr ab im ganzen Prozess und wir auch. Die Leute dürfen auch immer die Bilder anschauen, wir wollen den Leuten auch Bilder zeigen, weil wir haben nichts zu verstecken, wir sind stolz auf das, was wir produzieren. Wir wollen auch, dass die Leute stolz sind auf das, was sie teilhaben können, so wie in dem Unternehmen, wo es sein kann. Ja, voll, mega guter Punkt, voll. Ich glaube, das Zeigen ist auch mega bekräftigend. Ich glaube, die Erfahrung, die wir auch schon gemacht haben, ist, dass dann bei Unternehmen, die regelmässig oder halt mehrfach mit uns Konto produziert haben, dass ja dort plötzlich Leute, die beim ersten Mal gesagt haben, nein, ich mache nicht mit und das ist mir ein bisschen unwohl, die dann aber gesehen haben, wie das Resultat rausgekommen ist beim ersten Projekt, plötzlich beim zweiten, dritten Projekt, dann auch sind die Anklopfen und sagten, ja, ich wäre eigentlich schon auch gerne mal dabei und ich würde es auch gerne mal machen. Darum, ich glaube, was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist, wenn man so etwas plant, dann lohnt es sich einfach auch, zum mal so ein bisschen Referenzprojekt den Mitarbeitern zu zeigen, wo die Agentur, die man es damit gemacht hat oder damit plant, schon gemacht hat, damit man sie einfach einfach hochhypen kann und zeigen, hey, das ist im Fall eine richtig coole Sache, um hier zu planen, das machen wir unter anderem auch für euch. Genau, ich glaube, das ist etwas, was wir beide kennen. Es ist am Anfang vielleicht noch ein bisschen Zweifel da, aber sobald man sagt, mit wem man schon zusammen gearbeitet hat oder Referenzprodukte zeigen kann, dann fühlen sich die Leute viel wohler und es kommt wie eine gewisse Ruhe hinein, weil man sagt, ah, okay, die haben schon miteinander gearbeitet und so ein cooles Ergebnis gehabt. Und ich glaube, das geht nachher auch überall zum Punkt, wo du gesagt hast, mit der Identität, die Leute nachher haben zum Brand oder zum Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. Du hast vorher noch etwas erwähnt, was auch noch so eine Frage aufgeworfen hat und zwar, ihr könnt ja oft mal vorbeigehen und schauen, wie sieht es denn dort vor Ort aus, kann man es zeigen oder gibt es etwas, was man besonders sollte zeigen, weil es mega cool ist oder so. Was ist denn jetzt mit diesen Unternehmen, die vielleicht zum Beispiel ein Büro haben, das jetzt nicht so mega beeindruckend ist? Es muss ja nicht mal unbedingt nicht schön sein, aber was macht man da? Gibt es da eine Lösung, wenn man ein schönes Büro hat vielleicht? Wir haben erst mit einem älteren Industrieunternehmen ein Video gemacht und auch dort sie haben auch gesagt, es sieht alles noch so altmodisch aus und so weiter, aber meistens ist genau die Authentizität, die auch die Leute suchen von einem Unternehmen. Also oft muss man sich gar nicht schämen, für dort, wo man ist, sondern es ist eigentlich schön, dass der Charakter noch trägt und dann noch zeichnet. Also es ist nicht eine schlechte Eigenschaft, aber man kann auch aus einem nicht so schönen Büro oder aus einer schönen Werkstatt mega coole Sachen machen. Wir haben jetzt auch mit einem Schreinerverband, mit einer alten Schreinerei können zeigen, wie schön es auch dort ist. Es ist nachher der Simple Art in Detail, also es gibt mega viele schöne Formate, auch an nicht so schönen Plätze. Es gibt auch ganz viele Künstler oder Fotografen, die die nicht so schönen Plätze fast am schönsten darstellen. Ja, mega schön gesagt, voll. Es geht ja genau, es geht ja im Employer Branding ja mega fest darum, dass man sich so zeigt, wie man ist. Absolut. Die Art und die Zitat, wie wir vorhin darüber geredet haben. Und ich glaube, es gibt ja aber auch nicht nur die Aufnahmen im Büro, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Gerade jetzt die Werte-Videos, die wir letztens für Walter Mayer produziert hatten, sind ja sehr ein kleiner Teil, ich glaube, ein paar wenige Aufnahmen sind effektiv im Büro gewesen und dann ja sehr viele auch sonst. Irgendwie mal draussen oder auf dem... Ich glaube, es kommt auch immer mehr, dass man nicht nur das Unternehmen zeigt oder nicht nur die Arbeit zeigt, sondern vielleicht auch mehr auf die French Benefits oder das zeigt, wo das Unternehmen noch dafür steht. Und das ist nicht nur, sagen wir, ich bin an meinem Werkbank und hobble den ganzen Tag, bis ich Plätze habe, es ist noch viel mehr, was das Unternehmen gegen aussen zeigt. Und gesagt, ein Ziemenseit, eine Neunie Pause, die Liegenschaft, wo es ist, oder eben, was man machen miteinander. Vielleicht auch ein Firmen-Event, das ist auch Employer-Branding. Vielleicht hat man alle Vierteljahre einen coolen Firmen-Event, das ist auch etwas, was man gegen aussen kann oder will zeigen. Oder die Unterstützung in Hobbys und so weiter. Gerade jetzt, wenn man so regelmässige Events oder so Sachen hat, die man immer wieder zeigen will, muss dann alles mega hochwertig sein? Also muss man immer irgendeine Produktionsfirma holen? Oder kann man auch mal einfach selber etwas machen? Ich glaube, ich bin der Meinung, dass bei Content mehr eben nicht immer mehr ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man selber Content produziert, was man machen sollte, weil ich wirklich ein Fan bin davon, dass es trotzdem qualitativ hochwertig ist. Also dass man sich Zeit und Mühe nimmt, dass man mit dem Handy schon ein Bild nimmt und dass man das verwendet. Und dass man da immer wieder streut mit Content, der professionell gemacht wird. Dass man eine gute Frequenz hat mit zufriedenstellendem Content. Logisch hat nicht jedes Unternehmen ein Budget, um ein Medienhaus anzustellen, das zwölf Kampagnen in einem Jahr macht, jeden Monat eine Kampagne mit vier Posts. Aber man kann trotzdem selber Content streuen oder man kann nachhaltig Content produzieren, wie wir es machen, weil man in einer kurzen Zeit für ein attraktives Budget Content generiert, den man ein halbes Jahr brauchen kann, indem man zwei Tage möglichst viel Content produziert, wir nennen es Deliverables, also so gesagt Endprodukte, auswertet, die man über Zeitspannen brauchen kann. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin ein grosser Fan, um auf die Frage zu kommen, dass man zum Beispiel Storys auf Instagram oder LinkedIn-Posts vorhanden macht. Das Wichtige ist trotzdem, dass die Qualität vom Bild hochwertig ist, aber es soll auch gewisse Authentizität haben. Es ist nicht schlimm, wenn man sieht, dass es auf dem Handy gemacht ist oder in der Situation. Aber vielleicht nicht gerade ein Selfie oder so, wie man am Event ist, sondern einfach trotzdem schöne Sachen. Zusammenfassend, könnte man wahrscheinlich schon sagen, Hauptsache, es zeigt, wer ihr seid und was ihr macht. Es soll nicht so wirken, als hätte der Hund das Bild gemacht. und es sollte auch trotzdem die Sachen widerspiegeln können, wo man will. Es sollte nicht einfach gemacht werden, dass es gemacht ist, sondern man sollte sich auch Gedanken gemacht haben. Ja, voll. Okay, er beantwortet eigentlich auch gerade die zweite Frage, die ich noch dazu hatte, und zwar, was ist, wenn man mehrere Standorte hat? Aber ich glaube, das ist ja dort auch wieder das Gleiche. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man ein Unternehmen zeigen kann. und ob es dann ist, dass man mehrere Videos für mehrere Standorte macht oder dann einfach auch ein Video, das mehr den Fokus auf die Werte des Unternehmens legt, ich glaube, das ist dann gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass man rausgeht als Unternehmen und sich präsentiert, authentisch präsentiert, dass man sich nicht anders präsentiert, als man eigentlich ist. Aber schlussendlich, ob man dann das eine Büro oder das andere Büro zeigt oder dann ein mega schönes Büro oder ein weniger schönes Büro hat, wichtig ist, dass man den Content macht. Ich glaube, das Wichtigste, was man da auch vergisst, ist, dass man sich getraut. Man sollte den Mut haben, sich gegen raus zu zeigen, weil sonst, du gehst einfach unter heutzutage, wenn du dich nicht gegen raus zeigst. Klar, ich sammle vielleicht ein bisschen unangenehm Videos auf Instagram, auf LinkedIn-Post oder schon nur auf der Webseite hochladen, aber die Leute interessieren sich dafür, das vergisst man immer wieder. Es gibt immer wieder Leute, die Sachen anschauen und denken, das ist jetzt cool oder ach, das habe ich gar nicht gewusst. Und das kann man in-house produzieren, das kann man aber auch hochwertig produzieren. Es ist dafür und dann wieder, ich glaube, es kommt ein bisschen auf Ava für eine Nachricht, man möchte überbringen mit dem Ganzen. Aber ja, ich glaube, schlussendlich muss man den Mut haben, vielleicht auch mal den Mut haben, ein bisschen Geld in die Hand nehmen für nachhaltige Content, wie wir das nennen, aber vielleicht auch den Mut haben, selber etwas zu riskieren, zu probieren und vielleicht ist es am Anfang nicht so gut, aber schlussendlich lernt man und man wächst. Ja, genau. Es geht ja keine Welt unter, wenn man dann auch mal ein Content-Piece veröffentlicht, wo man dann im Nachhinein denkt, gut, das jetzt mit dem jetzigen Wissen könnte man das wahrscheinlich ein bisschen besser machen, das kennen wir ja auch. Genau, absolut. Und nachher fängt man an Likes vergleichen und so weiter, obwohl man denkt, der Post verwarmt jetzt besser. Ja, voll. Ja, eine Frage, die ich immer wieder höre, ist dann doch auch noch, gut, das ganze Projekt, klar, mega cool, wenn man es mit der Agentur machen kann, aber gerade jetzt auch, wenn man mit einem Partner wie mit uns zusammenschaft, wie viel Aufwand ist denn so ein Employer Branding Content Projekt jetzt für HR Professionals, die das in Auftrag geben oder die das umsetzen wollen? Muss man da dann mega viel Zeit einrechnen? Hey, es ist ein bisschen unterschiedlicher. Es gibt die Leute im H&R oder im Marketing, die das mega gerne machen, die brennen dafür und auch mega gerne dabei sind, aber eigentlich ist der Aufwand nicht so gross. Wir wollen eben da euch möglichst viel Last abnehmen und den Leuten den Weg bieten. Also das heisst, wir kommen den Auftrag über, haben das Kick-Off-Meeting von 30 Minuten bis zu einer Stunde. Das ist natürlich cool, wenn man sich vorher ein bisschen Gedanken gemacht hat, vielleicht schon ein bisschen In-Spo gesucht hat, was man da kann schicken. Nachher, wenn man uns dazu schickt, dann setzen wir uns als Konzept. Und nach dem Konzept schicken wir noch dazu und dann ist wieder 30 Minuten vielleicht durchschauen, nachher noch 15 Minuten in der Geschäftsleitung besprechen, ob man das so will. Und nachher hat man eine Sitzung, 15, 30 Minuten, in der man das Konzept nochmals durchspricht, in der man nie das Feedback geben kann. Nachher passt man da an und nachher entweder heisst es Go oder noch nicht. Und wenn wir das Go haben, dann planen wir die ganze Produktion. Das heisst, wir müssen dann auch mit den internen Leuten Terminierung machen und so weiter. Das heisst, dort ist nur noch die Übergabe von der Telefonnummer oder den Kontaktdaten vom HR Professional oder von den Marketingverantwortlichen der Due. Aber nachher setzen wir uns dran, machen auch die Aufnahmen und ihr seid herzlich willkommen zu uns dabei begleiten. Aber wir rollen das Ganze souverän ab und ihr könnt schlussendlich bis zu dem Video wieder warten oder etwas anderes machen. Aber die Leute sind immer herzlich willkommen zum Teilnehmen. Schliesslich nehmen sie dann auch recht gerne teil. Aber wenn es am Anfang der Aufwand «Oh ja, ich weiss dann nicht, ob ich da kommen kann» und so weiter, aber meistens sind sie dann gerne dabei. Und ich glaube, schliesslich findet man sich die Zeit auch realistisch planen, dass man die Zeit wirklich auch frei nehmen oder sich frei begeben kann, dafür, dass man dabei sein kann. Die Leute sehen sie dann doch auch gerne und man ist dann doch auch mit Leidenschaft, was auch richtig ist bei dem Video dabei. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt aus der Vergangenheit, wenn ich so zurück überlege, ist glaube ich schon das, was am meisten Zeitfrist ist, das Leute anzufragen, aber auch dort unterstützen die Regeln mit Leiden auch, dass man wie so ein bisschen Textvorlagen oder so gibt, wie kannst du das den Leuten intern verkaufen, dass sie dann mitmachen und nachher das Feedback geben für das Konzept, für die Versionen und so weiter. Aber eben, dass sie nachher durchschauen und kurz überlegen, passt es mir so und normalerweise, wenn man es vorher ja gut schon besprochen hat und das Konzept schon sauber erarbeitet hat miteinander, gerade jetzt auch bei uns, wenn wir manchmal das Blur-Branding-Konzept sogar schon als Grundlage haben, dann im Optimalfall gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel anzupassen, oder? Genau, also sagen wir, es ist vielleicht über vier Wochen, vier bis sechs Stunden Aufwand, was ja nicht viel ist, es splittet sich nachher auf 15 Minuten am Tag, 30 Minuten am Tag und so weiter. Ich glaube, das ist realisierbar für die meisten Leute. Ja, auf jeden Fall. Wie lange, wenn das jetzt so, kannst du pauschal sagen, wie lange dauert dann so ein Employer-Branding-Content-Projekt von A bis Z? Also sagen wir, vom Start, vom Kick-Off bis zu, man hat das Video fertig ausgeliefert und kann es veröffentlichen? Ich bin der Meinung, dass wenn beide Parteien mitmachen, das ist das Wichtigste, also dass wir uns an Termine halten, aber auch der Kunde sich an Termine halten, dass man ein grosses Projekt in die Gutschaftsrealisierung nach zwei Monaten bis zur Veröffentlichung, sprich, dass es auch dann gepostet ist, würde ich sagen, zwei Monate. Ja, setzt natürlich immer voraus, dass man die Termine findet für den Shooter. Aber ja, ich denke, das ist wahrscheinlich in einigen Massen realistisch, oder? Das ist auch die Erfahrung wert, wo man... Genau, und es ist auch planbar. Es ist eben, wenn man alle Termine setzen kann, am Anfang, dann kann man sich an die halten, oder beide Parteien können sich an die halten, und nachher ist es sehr realistisch und sehr planbar schlussendlich. Ausser, dass jemand etwas kurzfristiges, aber dann kann man ja miteinander reden. Das ist uns als Wichtigste, dass man klare Kommunikation und einen stetigen Austausch hat. Sprich, dass, wenn du ein Projekt für uns hast, dass du immer fragen kannst, hey, wo bin ich? Aber eigentlich sollte das gar nicht so sein, sondern du sollst durchgehend wissen, wo wir dran sind. Yes. Hey, danke, danke viel, viel Mal, Kilian, für die ganzen Insights. Mega spannend. Wenn jetzt du als HR-Professional am Zuhören bist und dich fragst, wo du Sachen sehen kannst, die auch Kilian produziert hat. Kilian, wo findet man diese Projekte, wo kann man herausfinden, wie diese Sachen aussehen? Hey, eigentlich überall. Wir versuchen, unseren Brand auch aufzubauen und eben auch die Culture zu leben. Auf Instagram sieht man ein bisschen mehr von unserer Culture und auf der Webseite sieht man unsere Referenzen. Das ist beides Review, falsch geschrieben, Achtung, das ist REVIU.CH und dann findet man das und meistens sogar auch überall von unseren Kunden auf dieser Webseite oder auf den Posts. Das ist Coca-Cola-Schweiz, Dublo-Schweiz und so weiter. Wir haben da diverse grosse Kunden, wo wir immer wieder gerne mit arbeiten, auch Porsche-Schweiz und so weiter. Yes, sehr cool. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es sind wirklich ein paar echt coole Projekte darunter. Natürlich, das eine oder das andere darf ich auch mit Stolz sagen. auch mit uns zusammen realisiert worden ist. Wir sind sehr stolz darauf auf die Projekte, die zum Teil auch wirklich schon millionenfach angesprochen worden sind in der Schweiz. Genau. Das kann ich auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Ich glaube, wir kommen langsam somit am Ende dieser Folge an. Kilian, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Und zwar, wenn ich jetzt als HR-Professional starten möchte oder ich sage, ich möchte jetzt Content produzieren für das Employer Branding, eigentlich habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt ansetzen muss. Was würdest du mir als Tipp mitgeben, wo muss ich starten? Hey, bei der Konkurrenz. Ich glaube, mal schauen, was die Konkurrenz macht und wenn sie etwas besser machen und man hat das Gefühl, sie machen etwas Besseres, dann kann man das alles insponieren. Wie der Picasso gesagt hat, ein guter Künstler klaut und dementsprechend würde ich das so in die Richtung machen. Nachher kann man das Inspiration schicken und nachher machen wir etwas Besseres. Tipptopp. Poetisch hörst du das noch mit mir die Gassenzitate auf. Sehr, sehr schön. Yes. Wir sind somit am Ende dieser Folge angekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du uns sehr gerne ein Like für die Folge darlassen oder sie bewerten, je nachdem auf welcher Plattform, dass du sie gerade am Hören oder am Schauen bist. Es würde mich umso mehr freuen, als wenn du das Gefühl hast, dass wir dir ein bisschen Mehrwert haben können oder spannende Insights, dass du uns auch folgst, dass du auch weitere Folgen vom Hafencafé Podcast kannst mitverfolgen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Mach's gut und auch danke dir, Kilian, fürs mitmachen. Und danke dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. und danke dir, und danke dir, für heute. Vielen Dank.